So, neuer Tag, neues Glück. So, haben wir noch mal ein Soßen-Video? Ne. Ein Soßen-Video. Haha. So, haben wir das Essen? Haben wir hier nicht. Ne. Aber ich würde gerne Leo besuchen auch noch. Das würde ich gerne machen. So. Ich mach einfach mal so. Wenn ich so mache. Mach ich mal noch. Okay. So, wenn man das glaubt, ne? 52. Oh. Dann halt so. Das können wir verkaufen. So. So. Mal, die machen, ne? Zack, zack, zack. So. 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 Oh, die können weg. So. Okay, oh. Noch ein bisschen interessiert. Äh, so. Der kann auch da weg. Fuck. Der kommt hier rein, ne? Doch, da rum. Oh, weißte. Der kommt rum rein. Aber gut, wir ziehen uns gerade nicht. So, dann gehen wir hier hin. Mal, ob Leo inzwischen zu Hause ist oder ob er noch auf der Insel hängt. So, dann gehen wir hier hin. Ansonsten gehen wir die Mühle rein. Alles hier wunderbar. Jo, Leo hier, bitteschön. Jawohl, Leo am Bau fertig. Endlich. 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 So, dann fehlen wir noch der Zwerg und Alex. Dann sind wir durch. Dann haben wir es endlich geschafft. Könnt ihr es euch vorstellen? Ich brauche nicht. Es ist ein Wunderhäuser-Tag. So, also Ebene 40 fangen wir an zu laufen, würde ich sagen. Das ganze Käfer-Gebatze-Zeit kriegen wir. Quatschen wir ihn noch mal an. Vielleicht kriegen wir ihn dadurch auch jetzt auf Stern, oder? Ne, leider nicht. Schade. Hatte ein bisschen die Hoffnung gehabt. So, Alex. Ja, Alex muss noch einmal ran. Und Zwerg. Dann sind wir durch. So, Ebene 40. So, komm, ja. So, ich will... Ich will eigentlich... Okay, wir platschen. Aber gut. Hatte da noch eine Geode gehabt. So, wir gehen. So. Ja, der Käfer. Komm mal hier. Was lebt ihr noch? So, ein Käfer nur. Bisschen wenig. Oh, ist ein paar mehr. So. Okay, zwei Stück. Okay. So, komm her, du. Sehr schön. Oh, komm her, du. Nee, auf Fledermausse hab ich gar keine Lust. Ist er vergessen. Genau, sehe ich auf diese Fledermausse, wenn ich gar keine Lust hab. So, leider keine. Treppe? Was ist denn meine Treppe? Natürlich auch nicht. Hui. Warum reicht das? Ne Natürlich nicht Ah, jetzt ist wieder das Hutspiel Wo ist meine Leiter? Meine Leiter So Zack, zack, zack Na dann, Jente Ne Dann holst du mich trotzdem mit Äh, äh, holst du nicht mit Sterne Weil, Gegentretten bauen nochmal Hättest du nochmal wie so eine Mission machen müssen Vielleicht ist das unter so einem großen Holzding ist, oder? Alter Jetzt gibt es sogar solche Hölzer Was ist da jetzt da drunter, Mann? Das ist da bestimmt Ach, da ist doch Ach, Leiter, hab ich nicht gesehen Okay So Na, dann, Jente Ja, nix Bum, bum, bum Bio geht herum Warum kriege ich hier eigentlich gefrorene Gionen Mal erst mal bitte eine erklären Dass ich aus einem Wald gefrorene Gionen kriege Nein, komm mal her Kann ich mich mal eben So So Wahrscheinlich, dass ich fliege immer Gleich Ist das fest Was ist da nur einer überhaupt für eine Band zu laufen So Wo ist meine Leiter? Aber nicht hier Okay, toll Da kann ich ja blöde der Fledermoss Ich kriege diese Fledermoss auch noch aus Ich kann mal auf die Idee eigentlich Ich Oh Bdub Ja, kommt Ja Händel 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 Um Ja Händel Nix, was? Okay, ist wieder hier Chaos pur. Was nix bringt, geh ich weiter. Ich hätte gern irgendwie so ein Ultra- Ding, dass ich mich einfach hier so rum porten kann. Oder mir um mich schon einfach so Flammen machen kann. Das wär ganz cool, glaub ich. Weil die Gegner sind ja zum Glück so schwach. Dass ich ja in Wunde drin stehen kann jetzt. Das ist ja sehr cool bei dir. Ja, nochmal. Schade. So, hier fahren wir. 85. Fangen wir jetzt mal auf 0. Auf einmal mal bei 45. Das war glaub ich eine ganz gute Idee. Wunderung raus. Fangen wir. 89. 80. So, komm. Hallo. Wir haben noch was. Weiter. Oh. Oh. Jawohl. Na komm, gib mir schön her. Fehlt nicht mehr viel. Zack. Nur noch einer. Ein einziger Käfer. Hey. Okay. Bin ja doch deutlich schneller als erwartet. Da nehmen wir sogar ein bisschen mehr. So. Da kommt er her. So eine Fliege gibt es auf jeden Fall immer. Okay. Ja. Äh. Wo müssen wir es hinbringen? Zu Willi, ne? Zu Willi. Katze, du bist im Weg. Weg. Dass die Katzen einfach im Weg sein können. Ist das zu nervig. So, zack, zack, zack. Ach, komm, dann kommen sie alle wieder. Ich glaub ich jetzt reinhaut. Was ist denn da? Wie, wie, wie. Schon viel. So Willi. Wo muss ich das denn hinpacken? Oh. Soll ich das hinpacken? In die Tonne, nehmen wir die Saus. Ach, nehmen wir die Saus-Tonne, ne? Ja. Nicht gesehen. Oh. Um 3000. Nächster Rezept fertig. Ja. Gott sei Dank. Es tut gut. So. Einfach nur gut. Zack. So. Und dann krieg ich die Christoph. Obwohl die Billo ist. Glow-Crystal-Frocht-Gewenk. Äh. So. 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 Ja, ja. Aber das ist fertig. So. Ich werde die nicht auch weglassen. Nix ist gut. Hier sind wir schon ganz voll. Wahrscheinlich. So. 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 Wenn ich hierけ. Sorry. Oh Gott. So. Jetzt Coast-Malgas. Dann haben wir mal ein paar Eierze machen. Äh, Teufelchen, können wir das auf jeden Fall noch anlegen. Machen wir hier oder was? Oh. Ja, ich weiß, dass... Das Schwein schlafen will, das soll's ja auch machen. Oh, hier durch. So. Wutsch, so. Ja, Küken. Okay, das sind die Namen. Vielleicht keine Ahnung, ob er sonst nennen soll. So. Gut, dann noch mal eben schnauern. So, ich glaube, ich kann mal ein bisschen Wolle holen. So. 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 Gut. Ich möchte hier ums abgefuckt sein. Ich bin aber zum Glück rechtzeitig aufgefüllt, ne? So. So. Warte mal. Hopp. Ja, das sieht gut aus, aber... Ich kann mal noch mitnehmen. Kann mal hier rein. Zack. So, dann gehen wir wieder zurück. So. So. Organisieren mal. Der kann weg. Der kann weg. Davon kann die Hälfte weg. Den können wir mitnehmen. Davon die Hälfte weg. Äh. Davon die Hälfte weg. Und was davon? Was davon? So. 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 Wir können noch mit jemanden interagieren von denen, die wir machen müssen. Jetzt können wir quatschen. Jetzt können wir halt quatschen. Okay. Gut. Und durch. So. Du 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 du. Da nichts zu tun. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und da haben wir immer noch kein Fest. Okay. Tschüss. Ah, haben wir noch Geld. 700.000 bei ihm gemacht. Oder mehr. 750.000 fast. Cool. Nice.